Panzer, der Film 2 Ah, was ist denn das? Da raugt eine Kanone aus dem Wasser. Hallo, Mitbewohner von Panzerwählen. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Hey, los, los, komm her. Ich denke wirklich, hier könnte ich aufhalten. Kanone ausfahren. Ah. Was ist denn da los? Okay, ich mach mit. Was ist denn da los? Nein. Nein. No. Hey. Hier. Ich will dich mal was fragen. Ja, was ist? Willst du repariert werden? Ja, na klar. Okay. Befestigen und zack. Befestigen und zack. Und hochziehen. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Okay. Beschwöre das Portal zu der Unterwelt. Okay, los geht's. Nein. Nein. Ach. Ich werde immer wieder eingedrängt. Nein. 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 Du bist nicht zu Hause. Nein. Jetzt ist es nicht zu Hause. Nächstes Jahr und Dora. Und nächstes Jahr kommt Dora und Ciao. Und nächstes Jahr kommt Dora.